Alexa, sage Kobold-Roboter, los geht es. Okay, VR200 wird gestartet. Alexa, sage Kobold-Roboter, er soll pausieren. Okay, VR200 wird pausiert. Alexa, sage Kobold-Roboter, wie geht es deinem Akku? Der Akkustand für VR200 beträgt 90%. Ja, seit kurzem gibt es für den Vorwerk-Saug-Roboter Kobold VR200 endlich auch einen Alexa-Skill zusätzlich zur App, beziehungsweise die App wird meiner Meinung nach dadurch fast überflüssig. Ihr müsst euch in der Alexa-App wiederum den Kobold-Roboter-Skill herunterladen. Den verknüpft ihr dann mit eurem Benutzerkonto bei Vorwerk und dann könnt ihr euren Saug-Roboter auch ganz bequem per Spracheingabe steuern. Die Befehle seht ihr hier. Alexa, sage Kobold-Roboter, los geht es. Man kann den Akkustand abfragen und man kann natürlich auch eine Pause einlegen. Wie ihr seht, funktioniert das auch tadellos. Und ich finde es ganz gut, dass Vorwerk hier schnell reagiert hat und jetzt einfach auch schon auf Spracheingabe setzt. Man darf gespannt sein, wann hier andere Hersteller nachziehen. ! Vielen Dank.